Oh warte, ich transportiere die Verletzte mit, oder? Ja, das ist aber glaube ich gut so. Du musst das Auto nur irgendwo hinstellen, dass ein Feuerwehrmann da drankommt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, wenn du es jetzt nicht vom Haken rutschst, auch. Ups. Brennt ja nur der eine Baum. Das ist ja gar nichts. Das Haus brennt auch. Und da sind Leute drin, die gerettet werden müssen. Ach, halb so wild. Ich check nicht, warum der nicht wieder aufhört zu lassen. Oh shit, mein Polizist geht gleich drin. Ja, dein Kopf stirbt, ja. Okay. Okay, ich hab's eventuell schlimmer gemacht. Naja, ich hab schon meine Notärztin da, dann kann die auch gleich was machen. Oh, du Scheiße. Nein. Scheiße, oh mein Gott. Was passiert denn? Der Notarztwagen ist voll im Arsch. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh nein. Die meisten Kranberg und durchgeführt. Ja, geil. Die meisten Einsatzkräfte selbst in Gefahr gebracht, Jack. Echt? Nein. Das wär aber geil. Ich dachte schon. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und Hallo. Wir kommen zu deinem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Diesmal ein Together. Und zwar von Emergency. Da gab's ja über die Jahre hinweg jetzt schon einige Teile. Der ist jetzt von 16 Tons Entertainment. Und ich spiel das gemeinsam im Multiplayer mit dem guten Kenny. Und da steuern wir Polizei, Feuerwehr und Rettung und sorgen für so einiges Chaos. Ich hab jetzt schon einige Spielstunden. Aktuell sind es 20 Spielstunden, die wir uns da schon gemeinsam im Together drauf geschafft haben, weil es einfach super lustig ist. Und weil wir keine Unmod gemacht haben, jetzt hier die Unmod. Ich zeige euch gleich mal den Trailer. Und dann legt mal los mit dem Spiel. Ganz viel Spaß. Und bis gleich. Immergen. In der Lage. In der Lage. Heroes rise. Become an incident commander. Strategize. Und deploy your units. Combat fires. Save lives. Und restore order. Explore multiple realistic locations. Customize your vehicles. An upgrade for enhanced performance. Team up in multiplayer mode. Work together to overcome the greatest challenges. Time is ticking. Every choice matters. Emergency. Be a hero. Jetzt kannst du irgendwas auswählen und dann im Co-Option. Hast du eine Gruppe gemacht? Jo. Das steht. Okay. Sehr schön. Okay. Co-Option. Dann sucht er automatisch noch andere Leute, um die Gruppe aufzufüllen. Auch interessant. Countryside. Riguliere Schicht. Oh, bei Sonnenuntergang. Hallo. Geil. Ich nehme schon mal die Schmerzmittel. Bereit. Bereit. Okay. Nicht schon auf Level 6. Uiuiuiuiuiuiui. Ja. Verrückt. Okay. Was möchtest du machen? Den Schaulustigen. Ich hole jetzt noch Feuerwehr. Und noch eine Feuerwehr. Fahrradunfall. Ich mache mal die Rettung. Boah, krass. Achso. Wir haben zwei Unfalle. Irgendwo anders. Irgendwo anders. Irgendwo anders. Schnell zum Verletzten. Erweiterung Instruktionen. Erweiterung Instruktionen. Got it. Schnell zum Verletzten. So, die beiden Verletzten. Okay, bei dir. Du brauchst doch Rettung, ne? Dann schicke ich mal die Rettung. Ja. Rettungswagen. Okay, mal aussteigen. Dann... Ich gehe mal dorthin. Ja, musst du aber erst mal behandeln, ne? Wenn du kannst, kannst du noch einen Notarzt herschicken. Na, warte. Kann man nur einen reinhauen ins Auto? Ja, ich glaube. Ja, Notarzt hast du nur einen drin, ja. Ja, ich habe gerade keinen Slot frei. Ja, das ist gut. Mein Notarzt kommt schon. Einmal drüber fahren. Sehr schön. Wie sieht es bei deinem Fahrradunfall aus? Na, dem einen geht es nicht so gut. Den... Mache ich aber gleich. Bast schon. Müsst gleich wieder den Slot frei haben. Du hast noch gar keine Einheiten bei dir, oder? Wie viele Einheiten kannst du denn unten einstellen? Hast du da fünf Slots frei? Ach, ich habe sogar fünf, okay. Okay, na gut. Na dann. Im Tutorial habe ich die Video in zwei gehabt. Hi. Okay. Alles gut. Du kannst deinen Rettungswagen hier oben auch schon bei der... deinen rücksichtslosen Fahrer wegholen eigentlich. Fahre ich gleich. Oh, einmal behandeln. Okay, passt. Sehr schön. Wuf, wuf. Hast du den Krankenwagen wieder zurückgeschickt? Der Krankenwagen steht wieder an der ersten Unfallstelle. Okay. Ich bin aber auf zur Einsatzbasis transportieren gegangen. Also auf jeden Fall steht hier jetzt ein Einkauf... ein Krankenwagen, ein Krankenwagen... ein Krankenwagen noch an der Hauptbahnhof. Okay, jetzt vom letzten Parkplatz zurück, okay. Na gut. Okay. Huch. Was ist da passiert? Was ist passiert? Oh, oh. Leit um... Leit um die Geschenke. Ho, ho, ho. Polizei. Wie sieht es denn aus? Was machen wir denn da? Polizei? Okay, du ruhigst schon. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht RTW schicken. Okay. Hm. Weitere brauchen wir? Na, ich weiß nicht. Okay, so. Du abhauen, du abhauen. Okay, ne, sieht gut aus. An emergency has been completed. Oh, Kran verliert Ladung. Ach, du. Ach. Okay, okay, ach du. Ähm, Schneider. Wer hat denn einen Schneider? Ach, der Ingenieur. Okay. Äh, Feuerwehr. Müsst der Ingenieur auch haben, oder? Wie, was mal? Oh, scheiße. Gerade gesehen. Äh, ha. Ich schicke zur Not mal den Rüstwagen da noch mit hin bei dir. Oh, auf jeden Fall viele Ärzte mit Sicherheit. Hm, okay, ja, der Ingenieur ist echt finnach. Ingenieur macht eigentlich nur so, ähm, kaputte Sicherungskästen oder sowas macht der. Okay, dafür brauchst du den Feuerwehrwagen. Boah, alter Scheiße, wir brauchen einen Kran. Mann, bin gekriegt, wach mal. Ja? Okay. Ich muss ja erst mal meine Cops hier wieder einsammeln, du gehörst in das Fahrzeug, ne? Und du gehörst in das Fahrzeug. Nicht überrollen. Danke. Das nehmen die hier nicht so genau, Walvo. Ob ein Bein oder zwei Beine. Ey. So, wir haben schon mal einen befreit. Du kannst... Das ist dein Ingenieursfahrzeug vor meinem Feuerwehrauto, oder? Nee, der ist weg. Hat den auch schon weggeschickt. Wicke. Okay. Dann. Hallo, Kran. Achso, der... Okay. Komm grad nicht zu den Verletzten hin. Nee, der Kran muss uns erst mal rist. Was soll ich das schaffen? Können wir noch einen zweiten Kran nehmen? Ja. Okay. Kran-Power. Tier in Kran. Ey, du musst diesen einen Stein hier vorne vorweg nehmen. Da ist eine schon schwerer verletzte Person drunter. Ja. Ja. Komm ich da hinten schon an die Person drunter. Okay, das ist gut. Nicht verheddern, Jungs. So, okay. Sehr schön. Passt. So sollte es dazu kommen. Okay, ich mach mal. Konsportier schon mal einen weg. Und da brauchen wir noch diesen Schneider. Genau. Oder? Oh, warte. Ja. Verletzter mit, oder? Ja, das ist aber, glaube ich, gut so. Du musst das Auto nur irgendwo hinstellen, dass mein Feuerwehrmann da drankommt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ganz vorsichtig. Ja, wenn du es jetzt nicht vom Haken rutschst, auch. Ups. Was ist passiert? Sehr schön, kannst du abhauen. Okay, wo ist mein Feuerwehrmann? Hast du einen Notar... Also einen... Ne, brauchen wir gar nicht. Ja, ich hol... Ich hol schon mal den. Brauchen wir gar nicht. Du vorne. Was denn? Okay, da brauchen wir nur noch einen Schneider. Ja, Schneider ist schon dabei. Was hieß denn das für eins? Das ist ein Feuerwehrauto. Okay. Hm, Feuerwehrwahn. Ja, Feuerwehrwahn, genau. Awaiting Instructions. Destination confirmed. Haben wir Abschleppfahrzeuge? Ich steig noch mal in den Rauschen. Okay, du bist schon fertig. Ich glaube, absteppen brauchen wir gar nicht, oder? Ne, das fällt hier scheinbar auch raus. Das sind dann wirklich nur so... Ähm, ja, die notwendigsten Dinge. Du kannst noch einen Rettungswagen rufen für... Zum Abtransportieren. Bei dem, der da rabandelt wird, genau. Können wir machen, ja. Dann kannst du wieder abhauen. Bauernhof in Brand. Unser letzter Einsatz für diesen Tag. Das brennt ja nur der eine Baum. Das ist ja gar nichts. Das Haus brennt auch. Und da sind Leute, die gerettet werden müssen. Ach, halb so wild. Wo ist denn hier die Leute? Okay, dann schicke ich den Rettungswagen. Äh, nee, wir müssen erstmal löschen. Gerade ist erstmal viel löschen angesorgt. Wegen der Einheit kriegt Schaden. Nein, nicht zurück ab. Nein, nein, stopp. Kann ich das abbrechen? Fuck. Ja, musst du nur auf den Parkplatz klicken. Egal. Da mal wieder zurückgeschickt. Ups. Ähm, wir brauchen eine Polizei für die Schaulustigen. Okay, hol dich. Stehen mal alles ein bisschen weiter weg. Nicht, falls gleich alles vor die Hunde geht, dann leben die noch. Hallo, gehen sie weg. Es gibt ja nichts zu sehen. Der eine Polizist hat nur mehr halbes Leben, war es? Rettung von Personen aus Innenräumen? Warte mal. Ähm. Ja, geht erst, wenn gelöscht ist. Echt nicht? Die können nicht mit Gas, mit Datenschutzmaske rein? Ich meine nicht, nee. Okay. Schicke ich schon mal einen Notarztwagen her? Ich schaue, Lustigen sind weg. Ah, hier oben sind noch welche, ne? Ach, da oben. Ja, danke. Warum hört ihr denn immer wieder auf zu löschen, Alter? Kritische Eskalation. Oh, da geht's nicht so gut. Ich check nicht, warum der nicht wieder aufhört zu lassen. Oh shit, mein Polizist geht gleich drüben. Ja, dein Kopf stirbt, ja. Okay. Lauf weg hier. Okay. Hey, ich hab's eventuell schlimmer gemacht. Ups. Naja, hey, ich hab schon meine Notärztin da, dann kann die auch gleich was machen. Okay, ich kann das nicht löschen. Okay. Die hören immer wieder auf zu löschen. Oh, ach du Scheiße. Nein. Na gut. On the move. Nein, du Trottel-Arsch, jetzt bleib ich hier. Meine Fresse. Steig aus, du Trottel. Ja, okay, das explodiert hat da wirklich alles. Das ist so krass. Wie kann ich denn ausstellen aus dem scheiß Feuerwehrwagen? Aus den Tanklashfahrzeugen gar nicht. Du brauchst diesen Feuerwehrwagen dafür. Okay. Na, okay, verstehe. Scheiße, oh mein Gott. Was passiert denn? Der Notarztwagen ist voll im Arsch. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh nein. Okay, ich hol den Kran, der den abschleppt. Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Kann ich nicht abschleppen. Objekte anzuheben und wegzugeben. Ja, wegheben, aber nicht wegschleppen. Die Fahrzeuge haben also immer nur begrenzt Wasser. Aha. Wie siehst du, unter deiner Lebensanzeige ist so ein weißer Balken, der bei deinem Tanklashfahrzeug kleiner wird. Ja, ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Wir müssen auf jeden Fall noch das eine Feuer da löschen. Und dann brauchen wir noch einen Feuerwehrwagen. Und du kannst schon mal einen Notarztwagen holen. Ja. Aber ich muss doch irgendwas machen können mit dem bestehenden Notarztwagen. Der ist defekt. Das heißt, der belegt jetzt einfach den Slot. Wahrscheinlich, ja. Notarztwagen. So, ich hab gerade einen Feuerwehrmann. Darf gerne kommen. Steck auch einen zweiten Mann rein. Da sind drei Verletzte drin. Ja, zwei. Boah, ich werde erstmal drüber, ey. Oh mein Gott, ich wusste schon mal, warum ich mich mit aufnehme. Ist doch nichts passiert, weil wir haben fünf Verletzte, ey. Ja, zwei sind vor mir. Ab vor, oh ne, ne, ne. Ab vor, vor, vor. Ab vor, vor, vor. Titt, 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 titt. Der Leiterwagen kann weg. Auch weg. Du bleibst noch. Wie kommt ihr aber hier bei der Rettung voran, Leute? Alles gut, nichts passiert. So, Polizist, haben wir's ja erledigt. Dann kannst du in dein Auto reinsteigen. Das ist sogar noch ganz, sogar noch fahrtauglich. Im Vergleich zu das von deinen Kollegen. Dann ab draußen liegen sie. Ich hol noch einen neuen Notarzt dazu und noch einen Rettungswagen. Ach, der Notarzt fliegt die wieder so weit zusammen, dass die wieder einsatzfähig sind. Genau. Schöpst du mir noch den Leichtverletzten oder welchen machst du? Mhm, den Rechten. Du magst wirklich in das Auto einsteigen? Naja, okay. Ich weiß ja nicht. Ja, gut. Läuft ja gar nicht so schlecht. Wollte grad sagen, also, die Stadt lebt noch. Bin auch überrascht. Das Haus hat's auch hinter sich. Der Bauernhof da. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Einsatz überhaupt abschließen kann, wenn da so eine verrauchte Karre rumsteht. Wird's wahrscheinlich Abzüge geben. Er hat schon beim Auto genug Abzüge gegeben, so wie das ausschaut. Das Auto ist fertig mit der Welt. An emergency hat's been completed. Wui. Wupp, wupp. Erfolg. Easy. So über das brennende Auto geblendet. Keiner sieht, was da und brennt. Nahkampfschutz, erhöhter Explosionsschutz, erhöhter Elektro-Widerstand, erhöhter Schusswaffeneinsatz. Erhöhter Nahkampfschutz. Schutz. Okay, für Feuerwehr. Ja, werden auch angegriffen. Ich glaube, ich nehme das mit dem Notarzt der Explosionsschutz. Ich nehme auch den erhöhten Explosionsschutz. Kenny, die meisten Brände gelötcht. Die meisten leicht verletzten behandelt, die meisten verletzten abtransportiert. Die meisten Kranberge. Die meisten Kranberge und durchgeführt. Ja, geil. Die meisten Einsatzkräfte sind selbst in Gefahr gebracht, Check. Echt? Nein. Das wäre aber geil. Was? Ich dachte schon. Einsatzfahrzeuge beschädigt. Balboric 1, Kenny 1. Verletzt 2. Geil, 2. Ja, ich hatte ein Feuerwehrwagen angekratzt, der ist zu einem Feuer stehen, aber der ist nicht downgegangen. Okay. Ich habe den umgeparkt. Sehr langweilig.